alles gut ja ja okay okay alles klar was hast du vorerst was was hast du da ne? was hast du da ne? also paar G630, weil du kannst dich ja auch gerne haben will der G630 ja, dankeschön was machst du denn jetzt? äh, looten achso, gut, okay ooooooh ich hab grad gerade hatte was? ich hab grad klicken gehört wer hat das denn gemacht? ich hab das klicken gehört die Sau hat der uns in die Luft gejagt? der Penner? nein, mit dem Tüte, den wir geredet haben, war das nicht